negativ zu gefährlich wir suchen uns so lange einen unterschlug ich wünschte ich könnte mehr keine sorge wir schwimmen heim wenn es sein muss konzentrieren wir uns erst mal darauf ja verstehe noch immer von diesem hässlichen typen gesehen den tag aus genau jetzt wäre das dann alles meine sport und weg das ding hat den namen wummel doch echt verdient einen gegner zu blutiger kritze weiterhin viel glück ich kaufe wenn du auch nur den hauch einer chance haben willst eine waffe den eigenen bedürfnissen anzupassen hat etwas künstlerisches nicht wahr kann ich sonst noch etwas für dich tun nicht nur hast du vor mit einer kugel eine nacht Ich habe mich nicht auf die Tüte geboten in der Video. Ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe, ich habe mich nicht weg. So, ich werde mich einfach umbasteln hier. Was ist das hier? Warte mal, wo ist das? Das ist so. Willkommen. Na, dann kann ich das immerhin verkaufen. Ein hervorragender Deal. Mh, mh. Andere Scheiße, stop. Wie schon weiter. Ich bin hier jetzt ein Mischer verkaufen. Nicht schlecht. Ich nehme mir auch erstmal los. So, ich verschwinde da mein Platz. Ich bin hier einfach. Ah, kein Geld im Weg im Platz gerade. Leider. Aber eigentlich auch erstmal die spätere Botte. Wäre das dann alles? Komm, jeder! Komm, jeder! Komm, jeder! Komm, jeder! Da geht's mir umlassen. So. Ja, stimmt. Wie ein aussitzender Stift, das ist ein aussitzender. den granaten herstellen sehr schön da kann man nicht decken ist der einzige nachteil wir werden sieben stück kündig machen ein messer rück doch ach was ist ein Thrasherbolt oder was ich habe eine tonne schießpulver los stimmt die noch finden bald heißt in dem fall im schloss das gebiet ab hier zu einer defensiven stellung um um ein drehen jünger frühzeitig abzuwehren mit dem gerechten glauben wenn ich gewillt jedes opfer zu bringen meine frommen gläubigen baut mir eine unbezwingbare unbezwingliche festung und stellt sicher dass jeder heide der dumm genug ist einen fuß darin zu setzen für seine sünden mit blut die 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 ich habe nur die ich über die drücken Ohne einen Schatz. Verpasst. Warte mal. Wir kommen relativ weit zurück auf alle Fälle. Was stimmt hier der Tor zu? Das war halt ein Problem. Fließpulver und Priseten. Nicht gerade wenig hier, was ich weiß. Ich glaube auf dem einen Stock lang. 4 oder 5 Leute sind bestimmt eben 2.000 hier gewesen. Aber gut. Naja. Wir brauchen Spiele. Mh mh. Na ja. Ja. Hier ist der Rohstoffe. gesellschaft schlafen so, wenn gucken, wenn der Diamant bleibt was er doch anders machen mann ja 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 doch 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 ok das vergesst nicht mehr um die länder sucht naja Ah, nicht. Wow. Oh, du konntest direkt rein zu fliegen. Ich bin ein neuer Spielwerk, der tritt öfters rein. Ich bin ein hauptklug von Favorit. Ah, schön. Komplett voll heil, ne? Der grüne Grundvorgang war gar nicht. Ah, ne, Karte? Hier ist jetzt durch, ne? Das ist hier vorne leider mal was. Wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen sterben. Der ist gut. Weil es nicht so bringt. So. Es ist echt doof, dass du jetzt da um die Rand kommst. Und jetzt ein Dinger. Alles. Ich hab noch mal das Fenster. Schade. Ich bin in der Ecke noch irgendwas. Ach so, wo war die Ecke noch? Ja, wo war die Ecke noch? Ja, wo war die Ecke noch? Vergessen halt selbst. Na gut. Jetzt komm mal nach. Na gut. Na gut. Noch ein Kristall. Hm. Verdächtig ruhig hier. Hm. Geht so ruhig gemacht. Geht so ruhig gemacht. Geht so ruhig gemacht. Hm. Okay. Gehen wir gerade ein bisschen sechnau? Was geht denn da mal hin? Hmm... Hmm... Ja. Ich habe einen Dösten können. ja und denn wir haben ja auch unter mir hätten sie ein ding gewesen bleib hier eine gewisse relevante mancher dank zufall waren also ich bin ja auch hat möglich ist erst so was für das ist immer ganz genau das ist nicht gut da sind sie die schwestern ich fühle mich geschmeichelt aber für zwei bin ich echt nicht in stimmung auch mädel und günstig ja 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 ich halte mich wieder zu viel aus wie weiber oh cool sehr gut wo wäre dann brannt die tür wenigstens gleich mal ja wie gesagt der resten sind eigentlich billepalle hier dann kann ich sie hier mal hinlegen die brennt fertig Junge ich frage mir gerade was gerade los war immer die schrote ja ich frage mir auch nicht so viel war es hier auch nicht ich wusste dass er diese tippelkette deswegen weil das Ding hier ist wir hatten bis heute fehlt ne weil damals war es noch so eine grube wo du immer hin herren musstest das hat mir diesmal ja aktiv hier fehlt hier wäre noch so eine feuerdinger gewesen hier wird es noch hoch kommen hier war die grube unser ding ist die grube so verschlossen dann muss ich mich wieder nach oben und dann runter ok stimmt da hätte ich mich glaube ich dann irgendwie kurzfristig verstanden können ne so wartet doch dann sehen wir das scheiß pülding auch genau 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 hm so bei der die tür gewesen ok da kommt auch anders hin die kommt eben noch so und dann wartet doch so muss ich schon sagen die waren denn doch einfacher die seine erinnerung hatte ne ja gut aber gute kapasite flinte auch hier hochgepust ganz technisch da ist der natürlich auch nicht mehr so wo die gegen einkommen machen verletzt nein hier wer Vielen Dank.